Die selbsternannte vierte Macht im Staate. Die Knechte der Herrschenden haben wohlgemerkt am Wähler vorbei eine neue Kanzlerin intronisiert in Deutschland. Frenetischer Applaus erklingt aus den Redaktionsstuben. Euphorisiert werden die Titelseiten gestaltet. Der Neuen wird der rote Teppich ausgerollt. Objektivität und gesunde Äquidistanz, ja das war gestern. Heute regiert die unverholene, durchsüchtige und brutale Meinungsmache. Weil endlich anders, Titel das Zentralorgan des linken Establishments, der Stern erleichtert. Der ZDF, die gebührenfinanzierte Propaganda-Urgel aller Deutschen, vermeldet in verliebten Tönern 40 Jahre Klimaexpertin und Realo mit großen Plänen. Eine wie keine, lautet die Überschrift des nächsten Schmierenplattes. Der Tagesspiegel versteigt sich überhaupt in den jenseitigen Vergleich. Ich zitiere, Annalena Baerbock hat mehr Ahnung als alle anderen. Die Schmierfinden, die gleichgeschalteten Politoffiziere in den Redaktionsstuben, prophezeien der ihnen so ähnlichen Analphabetin ohne berufliche Erfahrung den Durchmarsch ins Kanzleramt. Wozu auch Wahlen? Wozu auch das Votum der Bürger einholen, wenn sich die wahren Eliten im Lande doch längst einig sind? In den Hinterzimmern wurde die Macht in Deutschland aufgeteilt. Eine Grüne muss her. Qualifikation egal. Hauptsache Grün und Hauptsache Frau. Sekundiert wird diese Inszenierung durch die Quacksalver der Meinungsforschung. Durch die Decke. Schoss Frau Baerbock 24 Stunden nach ihrer Nominierung als Spitzenkandidatin der Ökotheoristen. Unterstützt wird der Liebling aller Medien durch die Kaffeesudleser, die in ihren Umfragen ihre eigene Meinung kaum verbergen können. Aber nun zur neuen und zu ihren Qualifikationen. Eine Umweltexpertin, die Kobalt mit dem Kobalt, Kobold oder wem auch immer verwechselt, den Deutschen Emissionen von 9 Gigatonnen pro Einwohnern antritt, gegen Corona mit Desinfikationsmitteln vorgehen will, sollte im Nozial besser die Grundschauen wieder schulen und zum Glück nicht Granzler werden. Liebe Journalisten, abgesehen vom mangelnden Wissen bringt die Gute nicht einmal einen Satz unfallfrei heraus. Also wenn die Damen und Herren Redakteure wirklich einen Kanzler oder eine Kanzlerin ausrufen wollen, sollten sie zuerst eine Person suchen, deren intellektueller Radius den einer räudigen Suppenschüssel überschreitert. Mozialis 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 Vielen Dank.